Mittwoch, bin ich es beinahe Gott. Ich bin es für colch. ich bin es für mich. 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 Es wird sich noch einig. Ich habe ihn, wenn ich mich nicht aufruf bin. Ich habe mich. ich bin es für mich. Wir الحen. Ich habe ihn. für Schietes, Peiris, quetschen Peiris in Shabbos. Das ist eine Geige, ein Mensch trinkt ein Teig und er will oben ein Lemon in der Teig. Sie müssen sich reinquetschen ein Lemon in der Teig. Sie dürfen sich als Quetschen aus dem Lemon auf Zickr. Und die Zickr legen sie rein in der Teig. Sie müssen ein Stückchen Lemon, nicht quetschen. Sie müssen ein Stückchen reinlegen in der Teig. Bald haben wir es ihnen, dass sie auch nicht, dass sie pushen. Und auch sie nehmen eine fette Kegel, also eine Kartoffelkegel, eine Lokschenkegel, eine andere fette Sache. Und sie entwickeln in einer Papiertaule, wo sie rauskommen, die Fettnis zu finden. Sie quetschen sie aus. Ich rede nicht jetzt, dass sie quetschen die Papiertaule auch. Er wartet uns nicht. Aber man redet sie, dass sie rausquetschen und sie finden einen Mangel in dem Papier. Oder ein Mensch hat eine Sardine. Und er will rausnehmen, die Oil, mit allen Fettnissen, die sie tun. Und er soll sagen, er ist fertig. Statt er darf nicht den Maschken, was kommt raus. Aber er will rausquetschen, weil er will es besser essen. Eine ähnliche Sache, du, ein Mensch denkt an eine Kotzkitzikr in der Kave. Und er nügt es aus. Und wenn er legt er an die ganze Kotzkitzikr in der Maul, das mag man. Aber wenn er halb in der Kave in der Maul nimmt, er ist möglich, wenn er länglich kotzkitzikr in der Maul schriecht. Aber er hat das auch da. Er macht so ein Pumula, ein Arnhem, ein Rauß. So ein bisschen in der Kave in der Maul. Er nügt aus der Kave, wenn er in der Maul nimmt, dann kann er es in der Maul. Eigentlich hat jeder, der denkt an, zwischen der Kale in der Sieb oder Fleisch, will er nehmen zwischen den Fisch in der Sieb. Oder Fisch in Fleisch, will er machen, dass er nie ich war durch, nehmt er ein Stückchen Kalle, tinkt es an ein Wahn oder in Bromfen, und er legt es an in der Maul. Das Wetter, auch die ganze Kalle liegt in der Maul, und es schlingt es auch auf. Das macht man. Aber er behaltet es in der Osten, und er zieht er an der Maske, und er schiebt es an Schale von Schieten. Oder er muss zu viel Wahn, er kwestt es zurück an in den Becher. Das Wetter, ein Problem wegen Schieten. Bei Briss, er nimmt ein Stückchen Kalle, trinkt es an ein Wahn, und er legt es an dem Kind. Jetzt möchte ich das Kind schieten, ob es nur ein Ding, aber es gibt es nicht, dass es ein Kind bei Judäen gibt, wenn es zu sein ist. Es ist ein Kind von einem Tag alt. Sie finden es bei Judäen auch gut. Für die Iber, die ganze Schale, die man mit dem Kallen machen kann, die man mit dem Kallen machen kann. Und wenn man mit dem Kallen macht, die man mit dem Kind laufen kann, und er schiebt es an dem Schieten. Er ist ein Kind von einem Schale, und er ist ein Kind von einem Falk auf der Schale. Nach dem Motto, was man kriegt sich an einem interessanten Miemachleuker, die der Erste, die man redet, wegen dem mit der Kzassa schilfen, aber es ist wohl schon ein Kind, das ist nicht ganz Schale, weil es sind die elektronische Sachen, die sind jetzt geworden. Also ein Mensch nimmt eine Gräbfrucht und er zerschnarrt es in zwei. Sie mittelschulacht, sie mittelschulacht, das ist gar nicht mehr. Er hat einen halben aufgeschnittenen Gräbfrucht. Und er esst es mit einem Löffel. Er quetscht es euch an. Er nimmt die Rose Heilig von der Pire und sie quetscht es euch auch so. Beide zusammen. Jetzt haben wir mich das dienen Schabels, weil er quetscht es euch. Ein Mühl, je mehr die Derechen, man pflegt es euch essen. Ah, es ist schön, dass man es euch essen soll. Aber das ist alles in der Mitte der Zeit des Schabels. Nur damit du noch eine Sache. Du das siegierst von Maschken Shesuwi. Was heißt Maschken Shesuwi? Doch ich habe immer gesagt, er ist nicht nur betunlich bei dir da im Quetschen der Pire des Schabels. Nur auf viele Maschken, die es allein aus der Rose gerinnen. Maschken Shesuwi mei allein. Es ist aus der Rose gerinnen Maschken von der Pire. Tumenisch trinken in Schabels, weil ein Geseire schämu ist heute. Wenn man über das Auftrinken in der Maschke hat, kann man sich quetschen bei dir daheim. Immer meile, macht sich sehr oft, einer macht einen Fruchtsalat in Schabels, oder eine große Schüssel. In der Schüssel liegt es schnittene Oranges mit Grapefrucht, mit Bananas, mit Äpfel, mit allen guten Sachen. Und von hinten hat sich umgesammelt Maschken herausgerinnen. In der Schale muss man das auftrinken. Die Schale ist zerteilt in zwei. Mit dem Essen, in dem Löffel, liegt die Maschke. Das muss man sicher sehen, wenn man bald sieht, das ist auch heilig von der Achille, das ist heißes Getränken. Aber die Ecke Schale ist, sie wird schon geendet. Jetzt will man ein bisschen Maschke von hinten, zu erkennen, dass man die übrigen Maschke, daran gießt, in den Kopf und auftrinken. Sie tun sich die Ecke für Maschke, so wie. Vielleicht hat er es nicht gemacht, sie geschehen von sich allein. Davon wissen sie, sie tun sich die Ecke, oder nicht. Es ist alles, aber jetzt muss man die Ausschmissen beim Schirr. Und auch immer so Sachen, die Menschen sagen, wie komme ich, sie quetschen in Schabels, was hat das mit mir, es kann nicht vorkommen. Und jetzt haben wir so ein Stück, auf der Meluche von Schieter, wo das ist ein Tolle von der Aave-Meluche von Dosh. Dosh meint, aber man geht da raus auf dem Feld, sie tun die Weiz, lassen wir sagen Weiz, sie tun die Schulecht mit den Twie. Die Schäbäule, das nennt es auch, die Schäbäule, die Sangen, und innen werden die Glygen, die Weiz. Jetzt überall eine Teiltruppe. Die Schulecht von der Weiz, du sie dem Meluche von Dosh. Jetzt eine Teiltruppe von Dosh ist Schieten. Was heißt das? Wo soll es schieten mit Dosh? Du, red man nicht das, du hast Schäbäulecht. Er nimmt das drauf, er quetscht das aus, du hast Schäbäulecht, du hast den Euchel mit der Maschke. Und das ist eine Teiltruppe, wenn ein Mensch quetscht aus, eine Maschke von einem Euchel, ist das eine Teiltruppe von Jesus, er nimmt das raus, der Euchel von der Pseulis. Der Weiz von der Schäbäulecht. Das ist eine Teiltruppe von Dosh. Das ist eine Teiltruppe von Dosh. Jeder Dosh ist ein Teiltruppe von Dosh. Du hast das eine Teiltruppe von Dosh. Du hast das eine Teiltruppe von Dosh. Du hast das eine Teiltruppe von Dosh. Aber wenn man das Schäbäulecht hat, dann wird es schon bald umgehen. Ich kann schon sagen, warum man das auf Schäbäule hat. Ich kann schon sagen, jeder Mensch quetscht ist Dosh. Und Thomas hat das eine Teiltruppe von Dosh. Er hat das eine Teiltruppe von Dosh. Er hat das eine Teiltruppe von Dosh. Er hat das eine Teiltruppe von Dosh. Und wenn ich mich quetschen, darf ich schon aufessen. Sollte du machen, warum? Als die Teiltruppe von Dosh ist, als du kein Beurier bei mir Eich hat. Sollte du schauen. Das ist meine Eich hat. Das ist eine Teiltruppe von Dosh. Bei mir Eich hat das du kein Beurier. Aber bald einmal sehen, als du feller, wirst du ja, du musst dich umgehen, aber erst einmal rumkommen zu gehen. Aber lasst mich zurückgehen. Ich will dir noch sagen, eine Teiltruppe von Dosh, in der ist er eine Teiltruppe von Dosh. Wenn ich jetzt eine Teiltruppe von Dosh. Und ich möchte sagen, dass es ein wichtiges Wort, was man halt an einer Ebene nehmen, darf man das einmal von allen mal klar reden. Wenn man sich in Dosh. So will man sich in Dosh. Wenn man sich in Dosh. Also ein Mensch mögt solche Sachen abzuholen, in einer Macht. Du quetschst daran, Lämmen auf Fisch. Lass mir sagen, auf der Zeit, das Lämmen ist aus, wenn man sich quetschen. Das ist auch immer. Aber auf der Zeit, die Sachen abzuholen, was man tun ist, quetschen, quetscht es auch auf Fisch, die besser machen den Fisch, wir machen es nicht. Von uns machen wir es nicht, weil Maschke habu den Euchel kein Euchel dumme. Dieser Rache leigt sich ja pur weiter, Rache sucht, wahave, die Luschen ist, wahave, wahave, wenn wir fahrig Euchel mit Euchel. Er teilt auch ein Euchel von ein Euchel. In der Chechnur Geraf Masber, wo ist er auch schon meint, wo Sie suchen. Chechnur Geraf sagt das so. Der Meluche von Schieter in der Gatolde von Dosh. Bei Dosh teile ich auf den Euchel von der Pseulis, das Essen, das Tvier, das Weiz von der Schulacht. Wenn ich quetsche, darf ich auch upteilen eine Sache von einer anderen Mien-Sache. Das heißt, das Maschke finna Euchel. Mascha einkan oibde Maschke geitaranen in der Euchel. Hatte ich es nicht kann den Maschke zu heiß wie Euchel. Iza so wie, er teilt auch bei Euchel mit Euchel. Er zügt der Luschen, der Chechnur Geraf, eine Däume in der Dosh, schemafarek tevier schiehi Euchel ma hacheboile schiehi Pseulis. Zügt das an Luschen, wir haben schneide vor dem Chalikim zäme zä. Euchel für Pseulis ist zwei andere Sachen. Und derselbe Sache ist, was Euchet quetscht er aus a Maschke von der Euchel. Das sind zwei andere Sachen. Mascha einkan. Wenn sie geht daran in Euchel ist es ein Sach er raii kem oi du war eich hat war reise se spinkt a zävi knoetel machel av a menschen ta dike Euchel we choy kek mit Euchel ma at Euchel er kratzt da los Euchel von Euchel sche ein zäme schimafarek das sind ich kam afarek ja du sie ist ein gewaltiges so das ganze halte mein ibe kass er in die sach zäme keseider lehne dem jes hat als sache teiren wenn man me kewetschen ist es wegen dem weil der maschke in ich kann maschke sa euchel euchel ma euchel leise ich kam afarek es ein sach und jetzt er mit ziegain zu dem luch fin schiete hemen unheim mit es zeit also du drei mine sie guy peiris so du peiris was mit tun ich quetschen min a teure so du peiris mit tun ich quetschen mit rabunen und du peiris wo es me mega viele mit rabunen auch quetschen kenn se du am min nisch zu quetschen in so in se welche peiris us min a teure se se van uven de mung na vroom hype tun sim en chien kuf en hul chabes med elushin valushin arambam de war teure a no chayev elu aldriche se se van uven bilvat nor se man uven als ich kann se man uven scho nicht du kan is de reise vau us nisht wie ist teure nor se man uven du apur wegen in der scheunen in zimmer unheim mit rasche rasche sucht schabes daf kief mem ches en man suchen finne werter verrasche de schar driches weil andere quetschereien andere peires lave eure chai behuche sin is de derech si quetschen also wie se se man uven se se man uven is wie iker gemacht geworden am do se los quetschen se se van eilbirten mach man oil shemen if an uven mach me wan jain shemen wie jain das is a d af dem is is me iker gemacht er rasche besucht andere luschen ribon oi mit les chite aber la man sich halten mit luschen er rasche schar driches lave or chai behuche sin is so de derech sin is so gemacht nu vuz is as sin when a mensh kewetscht apere is oivor auf dosh wo ne kide die is hat vende meluche is ligmoir hat vi er endig det vi el hai vio le tachlis so er kymt un zim tachlis a mensh hat weiz auf feld sa noch is du de tachlis man dava rup naman de schule de gliefe oh se kymt zim tachlis er tachlis dus idem luche dese geht auf sa man uwe das hat tachlis aber andere peiris mango mit kiwi de tachlis sind nicht alles quetschen man kann kauf mango saft aber das ist nicht de tachlis en naman aber bebald ach da ist man kemen essen emes sind nicht mam ich do mit weiz aber es hat a tickel dem jen fah ok aber mehr däume wie alle andere peiris mam eile du sie de weg also sie die schweizer sa schab es schatten rasche daran sehr kurze werte und auf die pur werte titel gewaltige sachen daran sucht nur seism van uvem is er reise die jes lohen schem maschke seism van uvem de saft der fin is am maschke 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 ein andere fruchtsaft el tuc es reit wegen oran juice katschig des trai der rohlen ma du is die iker dach wusser du du warte sache balt munke me zudem man 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 kaut weng sachen man is nis so gemacht mango saft de saft fin de mango heist is kam maschke si fruchtsaft saft frucht maschke kaschem maschke fruchtsaft fruchtsaft nisht fruchtsaft fruchtsaft kaschem maschke zudem prima guudem adus er med de alter jes sord vesteit in mishne im sechte machschir in paire gewuv mishne dalet as an ordu sieben maschkues wo zudem machschir a sach a euch le kabel timme in de simen is jade schuche dam dam zudem schnell jade da was shemen chulov dam tal maim akapunem sieben sachen edu wuz de teure heis es amaschke adus kam machschir zana euch le kabel timme im fin de sieben sachen en oder zwei wuz kima fina frucht shemen v jade is nor zais van uvem zain a sol ge frucht wuz ade quetsch de sauce heis es amaschke im amaschke im adeem idu de isser vun seuchet vun mafarek jade jade mames jade hanze fri ibig geschmiss mit man tatus an gesinnt man tatus an gesinnt sache mir es verfehlt etwas du verstand du der zain maschkues vikim teher du mer du van maluch vun seuchet vun mafarek man retteste du von euch ist, mit Kabeltimme, wo ist der Schatz von der Werte, als nur dieses heißt am Maschke in de Dinn von mit Kabeltimme, nur dieses heißt am Maschke legabe mit Lege Schieten. Wo ist das du als Scheiches? Wie kommt das da her? Du, der Wort, als ich habe ausgequetscht, am Maschke, am Saft, von Apire. Wo ist das die mit dem Geschirr in die Kabeltimme? Aber ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe es akursiv. Das ist schwa, ich habe es gehört von der Hezburg. Ich habe aufgesucht, aber ich kieke ein Cipher, Berges, Aschabes, von der Gehen, Rebellie, Fische, die sich röne, Lebruch, die Geräusche, Köln. Ich habe schon gesagt, das Schiehl, alle Mecham, Lecham, ich pfleggeinze, im Bazichen, die große Gehen, die Gewaltige Menschen, die du gerät, haben wir den ganzen Schirr auf die Schale, was ihr gefragt, wo ist der Schillig von Dosh in Beurer, die du gerät, haben wir einen ganzen langen Schirr auf dem. In der ersten Mal, wir kommen ein bisschen mehr Tafeln. Er sagt das so. Bei Erich, als wir zusammen schon früher, haben wir keine Matte ausgeschmissen. So ist es eine Tolle für eine Erfahrung. Es ist ein ähnliches zu einer Erfahrung. Jetzt, was macht das Schieter ähnliches zu einer Erfahrung? Was heißt ähnliches, was ist nicht ähnlich? Es ist, Leute, wie die Prümergude, wir lernen, die Schatten daran, es ist so, es ist nur da, in der Zimmerfahrung. Also, wenn wir sagen, das sind zwei meine Sachen. Also, wenn ich dort habe ich Schuhe, jetzt mit einem Euchel, darfst du auch ein Euchel mit einer Maske. In der Maske, darfst du auch eine Maske. In der Maske, das ist die Teure, wenn ich auf die Hechte, die Kabel zu haben, dass nur die zwei, das sind die Pirates, wo die Zaffel befinden, hat eine Maske. Und das ist nicht, es ist, hat es nicht die Maske, es ist nicht die Däume, die, die, sie, 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 sie das, pushen, also, ich hab schon verabschieden, aber, also, ich sage, das ist nicht die Maske. Aber, als ich, als ich, das ist, ein paar Leute rachen, 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 den Mann, nicht geworfen, wegen der Maske, rachen, du, die Archei buchen, ist auch, es darf dann, doyme, sie, Das ist das, aber die andere Sache. Als ich das sage, bringst du die Sache nicht zum Tachlis, und du darfst das alles anmachen, weil sie die Macht sich quetschen, wodurch dem kommt die Sache nicht zum Tachlis. Kennen Sie an, wie man sucht? Ich weiß schon, ob man das hat gesagt, dass die Sachen zufrieden mit dem, weil sie das einfach ein bisschen mehr haben, aber zu dem bin ich schon gekommen, wenn du es gerne hier bezochen kannst, und ich habe dort gesehen. Ein Schichtnuriger Raaf in Kindersachen und Simmer Reischnien weiß es auch gemacht, wie der Prima Gude, was haben wir jetzt gesagt. Alkalpunen, jetzt haben wir schon auch grüßen, auch Leute sind rasch in der Hand, und jetzt haben wir umgekommen zu der Schale von Oranges. Die Oranges ist ausser man auch teurer zu quetschen, als wir sagen, wann auf ihm, und das ist noch mit der Rabunen, und das hat sehr gesagt, wenn man sich hier sieht, dass man viel mehr gelieckt hat, zwischen der Reis und der Rabunen. Darf man wissen, Orange ist an der Reis oder der Rabunen? Das sagt der Prima Gude, er redet uns von Oranges. Er sagt aber, als andere Pirates, wo sie auch Archei behoeken, wo sie auch die Dere haben gequetscht. Sie werden rasch bei Ribbon und Oumetli schieten. Wenn sie sich in der Asche in der Hand, laut der Hand, geht man kein schönes Archei behoeken. Nur die Seissem, wo sie nicht finden, wo sie nicht finden, sie sagen, maschkues, ist usher mit der Teure. Aber das sagt der Maschke mit der Teure. Aber wenn sie einfach an der Asche weil es ist ein Archei behoeken, ist es ein Isser der Reis. Wenn sie das Lode Prima Gude, Oranges ist auszufig, ist es ein Isser der Reis. In Geräbfrucht kann auch das sein. Das heißt auch Archei behoeken. Sie müssen nicht auf die Geder von Ribbon und Oumetli schieten, aber Archei behoeken, es ist weiter auszufig. Es gibt zwei Oranges, die saftige, die nicht saftige. Ich habe den Schabbat in der Schabbat, wenn sie das Luch ist, ist alles so wie eine Sache. Man nimmt zusammen alle Oranges, das ist ein Rauf, das ist ein Rauf, das ist ein Rauf, das ist ein Rauf, das ist ein Englisch. Es ist ein Rauf, das ist ein Fruchtgeschäft, und er fragt, ob sie kein Kaufen von Oranges kaufen. Er hat ihn gefragt, der Seucher, er meint, dass er seine Zahid hat. Er hat ihn sehr verdrassen, weil er weiß, man kommt nicht in Amerika, es ist ruhig, die antisemitische Sachen. Man hat den Masberg gewonnen, aber es ist eine andere Schale, es ist eine saftige Oranges. Er sagt, es ist eine Sache, das ist ein Rauf, das ist ein Rauf, das ist ein Rauf. das ist ein Rauf. Das ist ein Rauf. Das ist ein Rauf. Der Aglethal, in Melechens, das ist ein Rauf. Er sagt, er sucht, er sucht, er sucht, er sucht, er sucht, zeigt, er sucht, okay, er sucht, Das ist alles als Schemmaschke, von dem, in diesem Haus, in meiner Teure. Und von dem, erst du, kann man schlafen, und von jedem, mit seinen Oranges auch, er ist er der Reise. Denn hier, als wir in Zirikmen sich mehr und mehr ist Oranges geworden, er ist der Oranges geworden, er ist der Reise der Reise, weil auch der Gratale, das Bechlandisch kann man schlafen. Loh, die Prima Gude, muss man schlafen, wenn man sieht, andere schmieren, schlafen, so sagen, also Oranges, man kann ja noch nicht sein, als der Rabunen. Ja? So will man sagen, also, ja, Chitschuni, von einer Gure, im Nisim Kerele, zu er, ja, noch der Rabunen. Weil sie tun, noch als Siebe, vor dem, der Rabunen. Weil er vielleicht, ein unheimlich rasches Weg, als Nora sagt, als jeder Dach, wenn sie eine Orchei buche, ist er der Reise, als der Chitschuni bringt, als das Wurr von Chasenisch, eine höhere Schmitte, und der Chasenisch will sagen, dort eine Schmitte, auch in der Gäuze, als er sagt, er sagt, in den möglichen Zeiten, ist es nicht gewöhnt, er kann in der Woche, tauscht sich es nicht, weil er hat die geworden ist, dann nicht zu essen. Sie bleibt schon so, wie sie gewöhnt einmal. Und einmal, wenn ein Rabunen ist nicht gewöhnt, als Gitte, weht es nicht, kein Maschke. Also, das ist die Wurr hat er. Ich meine, der Chitschuni sagt, dass du es kommen, er macht es für ein hübsches Suffig, und einmal dreht er her, als man kann ja auch Michael sagen, ein Gepunem, wo sie insnige ist, noch zu wissen, als Oranges in Grapefrucht, ist das Suffig, der Reise, das Suffig der Rabunen. Die Ruhe kriegen sich auch hin, in der Inzame der Chitsch, bei Jodayn, in der Achriah, ist das Suffig. Da ist alles mögliche, das darf man nicht machen. Schau. Normalerweise weiß man schon, welchen soll erreißen und welchen nicht kann erreißen. Jetzt, jetzt darf man wissen, welchen soll es der Rabunen und welchen soll es der Rabunen auch nicht tun. Weil in der Gemüde steht, als man mich quetschen, sochten, bepegungen, gewisse Pärchen, wo es nicht die Derech zu quetschen, wenn man quetschen, dann vielleicht soll es der Rabunen auch nicht tun. Wenn es ja du an den Rabunen wenscht, in der Geschichte steht, Tissim, Tissim meint, Blueberries, Raspberry, Blackberries, mit der Moine, melgerommen, des Tummen mit der Rabunen nicht quetschen. Warum ist des Tummen nicht quetschen mit der Rabunen? Weil sie du plätschern, du miktest, du miktest, man muss quetschen, wenn die, willst du es auch gar nicht quetschen, lechem maschke, du hast es woore, wie es riefst, achschewei, achscheveni, du bist das machschef für die Maschke. Wenn du menschen, wenn du es quetschen, miktest, wenn du es auch quetschen, wenn du es auch quetschen, machschef für die Maschke. Wenn du, wenn du es auch quetschen, wenn du es auch quetschen, wenn du es auch quetschen, wenn du es nicht quetschen, dann muss ich mir vorstellen, dass du nur mit der dritte Tenei hoch drei Tenei hoch Das heißt, außer diesem, du, 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 die Ciao ist, du, wenn du stattdessen, vergeben wir das, bleibe den scheißmen Mann, , aber come du war Und warum ist so klar, was man von einem Ding zum zweiten bringt, ist, dass jeder das du gequetscht will. Man kann man in den Geschäften kaufen, Mango-Saft mit Pineapple-Saft, mit allen Saften, und viele Malone-Saft kann man schon kaufen. Man kann Milch-Roman-Saft, sicher, und man kann, Milch-Roman-Saft erst rechnet sich nicht, weil es ist wie eine Lerifia. Man kann sagen, was eine Lerifia hat, ist kein schiefes Aramaschke. Man kann sagen, was Menschen trinken das Aramaschke. Man kann es nicht mehr quetschen. Und die wollen es auch quetschen, das Aramaschke. Und wo ist der Rabbunen? Man fragt auf dem, dass er wieder das Schilchen, dass er das quere Dahn vom Bordpacker auf Einhorn hat. Man fragt auf dem, also ich sehe, ich halte doch den Schabbat bei Schabbat. Es fehlt dich der dritte Tanae. Man kann nur sagen, dass du drei Sachen willst. Du Menschen, die sie quetschen, die quetschen die Maschke. Und wenn alle Menschen, die wenige hatten, als Sachtfrucht erfinden, wollten sie auch gequetscht. Aber du hast Sachtfrucht erfunden. Jede kann herangehen in jedem Geschäft und kaufen alle die Frucht. und quetschen. Und man quetscht es nicht. Nicht nur, man quetscht es nicht, nur man trinkt es nicht. Raufmenschen trinken nicht kein Mangosaft. Man kann es kaufen, aber der Räume kauft es nicht in Größen. Ein Sache, wenn es Raufmenschen kaufen ist, er halten es nicht beim Käufen, und viele, sie kennen, hat es nicht gar kein Schiebe. Jetzt fahre ich, wenn du esst, der Bühne war Raufbeirat. Und meine, die mitschen sich herumdämen. Er will sagen, wieder schilchen, es kann sein Raufmenschen trinken. Ja, aber wenn man trinkt, wie heißt es, ein Fruit Punch, und ich tue die alle Maschkuchen zusammen. Keine Meinung nach, was er geschrieben ist. Oder weil, das ist, warum man sagt, nur wenn Raufmenschen wollten wen gequetscht, wenn sie wollten wen geharrt, die Bühne luchten, er hat einen Fakt bekommen, er will machen, und er hat eine Maschke. Aber noch, dann suchen sie alle, wenn sie immer bald sehen, als du ein Minik nicht zu quetschen, kann man eine Maschke, du plätschst, wie du dein Minik, und sie kennen sie, aber uns ist auch du dein Minik. Normalerweise, ist es die Masse, aber die kommen nicht zu quetschen, kann man eine Maschke, als die Minik aus. Aber es ist nicht sicher, dass du manchmal schon essen, die Rebunen auf dem. Und jetzt haben wir gehen, zu den übrigen Peirestagen. Peirestagen, man quetscht es nicht. Ich weiss nicht, keine Sachen schulen auf dem. Ich weiss nicht, welche Peirestagen, die es nicht hat. Kein Saft, die finden sie bekommen. Ich habe gehört, als Canteloup, in euch geht noch einander, der geht. Man kann nicht kaufen, kein Canteloup-Saft. Das habe ich gehört. In meinem Leben, das muss ich auch noch sagen, als Zwiebelsaft, kann man doch auch nicht kaufen. Ein Kapunem, als ein Peirestagen, was man quetscht nicht. Er steht in der Gemurre, an einem Mägen zu quetschen in Schabes. Wenn du kein Essen, der Rebunen, sie mit dir. Also steht der Schicht in Urich. Er bringt aber, der Muggenauwurma Rupa Bach, und der Bach sagt, wie bald er rasch, hat er grüße Chimre in den. Er rasch, sagt er, wie die Gemurre, die Materi quetschen, Peirestagen, keine quetschen nicht, und nur wenn er quetscht, ist nicht der Schemmaschke. Er quetscht es von anderen. Er will so einen Trick, der Doktor hat dem Gesicht, der tunisch essen kann, kann fette, kann ungesapte machen. Er quetscht das auch. Er hat einen Schleifensalz-Sievel-Saft. Damit möchte man es quetschen. Sie rief sich, lehmatik hapeire. Besser machende Peire. Aber Tomer, er quetscht es, weil er will oben der Maschke. Er ist das Machschuf an der Maschke. Er ist ja, du aisse der Rabunen, zu quetschen. Wenn man den Rabunen hat, er das Machschuf gewinnt. Also er lernt raschen. Er kann sich der Luche nicht überraschen. Der Bach sagt aber, als du am Minik, ja mach mir sein überraschen. Man meilt vier Tolls, die Muggenauwurma. Die Muggenauwurma, die Muggenauwurma, die Muggenauwurma, die Muggenauwurma. Alle sagen, als ein Platz, wo der Minik dort ist, und man quetscht nicht schon das Kaschim-Maschke, darf man machen, wie ein Asche. Und man soll nicht schon weg quetschen, das Kaschim-Maschke. als ein Minik. Jetzt ist ein Schale, das ist wie im Sommer des Minik. Und die Muggenauwurma, die Muggenauwurma, das ist nicht klar. Und man will kommen und sagen, warte du als Minik, hast du mir gesehen, dass man die Quetschen eine Pire in der Schabes? Kaschim Pire quetscht man nicht. Sicher du als Minik. und man will kommen und sagen, wie siehst du als Minik? Hast du gesehen, in der Woche einer Quetschen eine Pire? Ere Pire, du hättest nicht quetschen aus Oranges, dass er nicht kaufen will für die Geschäften. Wer hat man letztes Mal gesehen einen in den Stieb quetschen Peiraz? Man kauft Orange Juice. Man kann nicht quetschen, weil er weiß, dass du auch ein Minig. Er ist klar. Aber für die nicht klarkeit, für den sagen alle, dass er keinen nicht wagen, zu quetschen, kein Peiraz in Schabbaz, weil du das Minig in den Rauf Peiraz kennst, dass er isst und der Buhne noch, die Stadion schmiert in Schabbaz, Kelchussa, Meile, Awade. Also das ist eine halbe Sache, dass man quetschen, kein Peiraz in Schabbaz. Und das ist das Thema, was man da wissen. Also wenn ein Zimmer noch treffen hat, wenn sie quetschen Peiraz in Schabbaz, ein Muschel in die Eugel, wie soll das sagen, redet man nicht bei Keile haben jicherdlikach. Keile haben jicherdlikach in den Postpunkt. Man sagt, man sagt, was teuchen. Man redet unacadiert. Keine jicherdlikach kennst du das sagen an Schale von Ewe de Decholz, von Ja, derich Meluche. Aber dann redet man nicht. Und jetzt haben wir ein Riebegein, Zitidin, von quetschen, a Peiraz in a Machl. Also wenn wir uns einmal freigegeben, der Muschel, einer will essen Fisch, und er will darauf quetschen, Lemmen. Ja, das steht bei Feiraz in Schabbaz, in Schichnurig, in Schichnurig, in Schichnurig, in Schichnurig, in Schichnurig, in Dallet, aber meek, quetschen, troben, in a Machl. Also wenn wir uns einmal freigegeben, man. Maschke, habu, le Eugel, ke Eugel, dumme. Also wenn wir uns einmal geduckt, die Werte, für Schichnurig, er will auf, wie Rasse, du gott. Keemaffrit Eugel, ma Eugel. Er teilt auf ein Eugel, von ein Eugel. Es ist nicht so richtig gekwetscht, das Maschke, von ein Eugel. Es hat das denn, wie ein Eugel. Und in Mekar, von dem ist ein Eugel, und man sagt, die Schabbaz, auf Kies, Mem, Dallet, Rav, Schmiel, da ist auch ein Eugel. Und das ist heute schon genug. Aber, der Rebbein Ghananel hält nicht von dem Hatter, weil der Rebbein Ghananel hält, als er ein Bejugenden, und die Eugel kriegt auf dem, und er ist auch ein Eugel, und er hält seine Eise der Eise. Aber Meile, ich doe an Schale. Er hält uns von dem Hatter, und er hält uns, Amaske, und fertig. Er hält uns von dem Hatter, und es hat mir für ihn gesucht. Und Meile, der Rebbein Ghananel schaut, aber bald er meine Ghananel erzählt, und er ist in den Augen, und er hat in den Augen, und er hat in den Augen, und er hat in den Augen gebrengt, auf einen Platz, und er hat in den Augen gebrengt, und er hat sich die Ecke, und er ist auch nicht so, der Rebbein Ghananel, sucht der Rebbein Ghananel, und er hat sich die Ecke allmittelt, und er hat sich die Ecke vor vì die Ecke, und er hat in den Augen ge livre, und er hat hier gesagt, der Rebbein Ghananel argues ... ев ich habe, weil denn für die Ecke nicht mit dem Hatter heilt, und meine Damen und Herren über heavy, Das sind die Ecke, und es war ja sehr wichtiger, und ichITHER klang immer 하게 zu der Ecke, denn man sagt, und wir nur darauf, der rauf machen sich ein Schwissendik von der Tuwe-Olof-Brucke von der Rasch. Sie bringen Bechlandisch herup, als du als auch Brüche begleet. Sie geben uns den Brüche. Sie halten mir das Bechlandisch-Machnern an. Für uns? Weil in Heelgesiomte, was auch der selber lucht. Und dort ist Wettnis, der Brüche bringt sich nur noch Bechland, als du als auch der Dähe, was passiert. Aber meine Kinder, sagen wir noch mal, sie suchen auf dem, ob wir Tuwe-Olof-Brucke. Und viele, die suchen, ja, ob wir Tuwe-Olof-Brucke, so genügend als ein Mann auf dem. Meine meine, wenn Sie mir gesagt haben, bei Oranges und Reiffrucht sind sicher, aber kein Michael sein, haben wir möglichst zu quetschen in einem Achel. Dieser, was ihr früher gefragt hat, soll jeder Beurer sein, jeder Seuche, soll da ein Beurer sein. Aber wahr, das glaubt uns. Meine meine, ob es ein Beurer ist, davon ist es ein Alter. Nichts noch mal da versessen in einem Alter, die sich nur, da muss ich noch mal halt, also, ob sie Beurer, heißt es also, wie Beurer bekeilen. Wissen Sie nicht, du kannst immer hättest, von uns? Weil, die ganze Zeit von uns, man macht Beurer, sind bejaht, und nicht bekeilen. Und weil bekeilen ist derich Meluche, und bejaht ist derich Achille. Da muss ich noch mal quetschen, ist eine spezielle Sache, eine spezielle Sache, eine derich Meluche. Meine meine, und viele, die quetschen mit der Hand, heißen sie, das ist ein Beurer, heißen Sie Beurer bekeilen, wenn wir sie nicht, dann werden wir klein, und wir können Beurer sein, wir können Seuche sein, und viele in der Augen. Meine meine, du musst dir wissen, warum? Wir sagen, als sie nicht, kann Beurer, weil sie ist mein Eich hat. Die Maschke mit den Augen ist ein Min, und ein Min ist, du kann Beurer. Und das luch ist, aber, als, als, wenn ich sie hätte, als sie mein Eich hat, und meine sie mit ihr, und nur, wenn die Maschke mit den Maschken sind, beide Ruhel Achille, meine meine Eich hat, das Eich hat, mit das Eich hat ein Beurer. Aber damit, der Machel, der Peir, nicht Ruhel Achille, der Muschel, in die Gemur, wird es angerufen, Beuser, der Peir, nicht Ruhel Achille, und die Quetsch ist, ja, du Eich hat ein Beurer, das ist ein Eich hat, der Kimme in Aig hat, das ist ein Eich hat, Mit des Eich hat, das ist ein Eich hat mit dein Eich hat. Ich graue du Eich intyyun, das zum Börder. Aber ein Kind vom Super, in Marisch hat mich immer ein preservatives, in Zeichen auch was, das ganze будет ein Eich hatte, wo Sie expecting alle aufsheisi�uet, wenn Sie zur Mosen急��zten, die Maschle Ruhel Achille, wo Sie household ihr da ganze eins, die Zeit nachschauen komme, wir haben einen Mosen geschafft", während wir mit T diffuse mit L munsten draufkorenen. Buяет immer dann Herrlich hinter sichnd zu elchem Mot, Das Problem von Böeern ist. Ich denke, dass sie es auch ein Problem hat, dass sie es mit einem Schrauben. Ich glaube, dass sie andere Menschen sagen, dass es nicht mehr ist, und sie haben auch ein Problem mit der Maaglinischen Reise. Aber sie tun sie eine Maaglinische Taatschmache, wenn man das nicht mehr weiter dazu nimmt, wenn man so viel braucht, wenn man das nicht ins Alter hat. Viele Leute haben das nicht mehr so gut, wenn man das nicht mehr weiter geht. ich habe die schale von beuriget was ja mal damit sich mit sie denn jetzt jetzt haben schon ganz die die andere schales wegen quetschen lämnen schales die heute davon unheimen mit der luis namen habe die ganze sief wegen lämnen in schales in schnudig asiv in drei werdet ich glaube als du kannst du sie in schnudig bleiben schnudig was sie von zwei werdet die sieve is mit der lissche limonisch hat kann also steht in schnudig asiv man meg quetschen lämnen favus meg meg quetschen lämnen pausen bademe jukka issel schiete in im haber plänen a teller na leidige teller unka problem bald am es ensinnig push it aber im haber steigt am a mix tam quetschen lämnen schnudig wie vavus steigt im basi josef apur tamen in adbi e sort von ala tamen is adele meni nischka kusch über maschke so hat ischka maske seh es de euchels ezaft so hat ischka din maske hat es ischka chashives heis isch ich kretscha rosa maske vana euchel vavuset lemen nischka kusch über maske zigt im basi josef ein tamen weil man kann es nicht trinken allein. Man kann nur machen, mit Lemonade, mit Wasser, mit Zikir. Man kann es nicht trinken allein, das ist nicht genug Kurschiff, an dieser heißen Amaschke. Noch ein Thema, das sieht man bei Josef. Und jetzt haben wir gesehen, eine Gruppe, auf die Gemeinde zwischen den zwei Themen, am Gruppe, ein Glück ist der Apostel, in welchen Themen man ihm tun. Der andere Thema ist, weil Menschen fühlen sich, als wenn man quetscht Lemon, quetscht man es gerade an den Amaschke. Wenn man quetscht nicht, stammt an Fas, an Flaschen Lemon, also ich meine, an möglichen Zeit, an dich an andisch, an möglichen Zeit. Man hat sich gequetscht kein Lemon allein, sie ist gerade angequetscht geworden, an Amaschke. Meile, hat es nicht geschiebt. Sucht auf dem Dichai, Udame, nehmisch nicht, wie ihr bringt es auch auf, als laut der Taham, ist Han schon in Stahne geworden, den Dinn. Han, die schön ist du, der Hattir. Han, kämen ist Jungen, aber man quetscht grüderan den Lemon in Amaschke. Han, geist daran in der Geschäft, kannst du kaufen eine Flasche, Lemmensaft allein, und gut nicht. Erstmal, das hat sich gelegt, ein bisschen Tafeln, aber ich rieße den Lemon allein. Sind Sie, ich habe gesagt, man quetscht daran, Lemon in eine Flasche Wasser, ich geist mich mit Wasser, du sagst, der erste Hattir, der erste Hattir, ist, danke, du Hand hoch. Der Hattir, als, man trinkt es nicht allein, der Hattere du, weil ich trink es nicht allein, ich trink es noch mit Wasser. Das ist auch ein Hattir. Aber die Baciasse bringt den anderen Hattir. Heute kann ich auch nehmen, nur den zweiten Hattir. Und der Wort ist, wenn man quetscht, das grüderan am Aschke, so geht es, dann kommt es, der zweite Hattir in die zweite Hattir, aber man darf kohlen, als der erste Hattir, der zweite Hattir. Normalerweise kann man nicht quetschen, kann man nehmen. Die Schichtel-Ur-Gerab bringt nur den ersten Hattir. Meile kiegt es ein bisschen, dass die Schichtel-Ur-Gerab halten, aber man kann auch quetschen nehmen. er hat sie führen sich du hast sie wenn man katschen schämpfen man sagt in der weizen russisch anrufen ich sage ich bringe es von einer von einer von den Jäden wir sind immer gekommen in den Krieg und er sagt dort man hat auf alle die Minigie es hat der Rollen gehört schlemmen in Größen man verlässt sich auf dem hat er weil man eben tun den Tag von bis Josef als wir bald man trinkt es nicht alleine schau ich mit er dasselbe sage ich du hast sie in in das ist ein Zeichen wo die Schiene wir rufen sich an wir rufen sich an die Rose geben ich finde es ein Zeichen wo es ist ein Weg bei der Schiene von der Naftule als Naftule eine Jäden und dort ich habe eine ganze Schiene von der Schiene wo es sich doch auf alle die Minigie da man katschen in Größen aber Hand ist nicht so in der Minig ich bin bei euch man katschen nicht kein Lämmens in der Tama so man katschen kein Lämmens in einem leidigen Teller man katschen kein Lämmens in einem Teig auch nicht weil es ist ein Passwort geworden das ist ein Berührer das ist ein Berührer wenn es nicht ist man muss nicht Michael sein und dem und viele sind auch nicht klar dass er ist Mater Gott bringt nur den ersten Tam wo dort steht weil man trinkt es nicht alleine schön mit ihr aber so zwei Sachen was er warft daran dass man das geht ein bisschen nicht eins als die das schild nicht das gewertet er sagt viele im Neuhag und viele haben 40 le sochtan le toch ma im lich das viele die wissen dass man lemon quetschen in Wasser nicht in Euchel verstehe ich aber viele die 40 quetschen in Wasser doch man trinkt es nicht allein nachher und quetschen das grud an Wasser und die quetschen das werte sich als er will zusammenstellen beide taumen und 40 und quetschen das grud an Wasser und die bringst noch die erste taum alle man will du st man am quetschen allein will du mich auch als man sagt wenn man das ein bisschen von Schechnurgräufe geht nicht mehr. Aber Schechnurgräufe geht nicht mehr voran. Also die ganze Hatter von Lämmen ist nur die Schietes, die sie halten als Scharpyrus, wie Cantaloupe, wo sie begonnen ist, die Derech zu quatschen, mag man quatschen. Aber, Leute, ich mache mir, wenn sie zufrieden, man sagt, du hast einen Minig, von der Bach, du musst dich nach Hause mit der Rache, wo sie halten als Scharpyrus, tun wir auch nicht quatschen. Lämmen ist besser als Scharpyrus. Wenn ich das auch nicht quatschen, und meine, jetzt kennen Sie auch noch zusammen mit dem Minig. Meine, als du warten, ist kein Hatter zu quatschen. Ich habe den Schien, wenn wir auf den Sinn, mit dem ÖF verregt haben, verstanden ist, ich sage, wie kommt das an, du, das als der Minig, von dem wir dich lassen, ist Quatschen, Scharpyrus, tun wir nicht quatschen, kein Lämmen. Lämmen ist an der Sechtheit von sich. Lämmen hat der eigene Hatter. Weil man trinkt es nicht allein. Es hat gar nichts mit den Scharpyrus. Wie kommt das an, du? Aber du hast sie, wenn ich es an Bösem, und auch hat sie, wenn ich es an Bösem, dass ich es an Bösem, wenn man beide Seiten sagt, es soll es einen verämpfer, in Gidim, Schichennur-Gerav, das kommt Joachim. Aber Kapunen, Sie verstehen sich, Schichennur-Gerav, nicht. Schichennur-Gerav, halt, bei Paschtes, als Lode, Minig, wir kennen ja noch andere Wege, in Schichennur-Gerav, aber Kapunen, Paschtes, klingt aus dort, als Lode, wie sie fühlen sich, haben wir quatschen, geschehen bei das ich du am wenig mische quetsche lehme noch nicht und eben zusammen gesucht für alles nicht also ist stark negaie dem weniger meile an der oylem quetscht nicht kann lehme in schabes anischen kann leidige keile nicht in kantai bequetscht es nicht so in der mini hand also wieder mich über ihre machen jetzt fragt ihr geht es jetzt doch euch in mich über ihr alleine geteilt und ich wüsste nehmen die mit lehme quetsch es auf sich hier also sie die menschen berühren also ist in der oichel in der oichel meigmen jetzt die er hat er was uns auch mal du aber kein ketschen in zikir menschen berühren sich das beferdisch in der sache führen sich also als du aber ein stickel pik pik in dem der zähmech zähdig von der babetsch mit der chasernisch halten ist dürfen fahrwuss der chasernisch uckt wussi der hatter am ketscht daran in der oichel fahrwussi am ketscht daran in der oichel ist es mitte wussi der hessberde finden wussi der oichel sind es keine maschke der chasernisch uckt die plantsticht zu leiden den zikir in der maschke so gibt der chasernisch also die süße luschen noch fahr der maschke hat ungeriede zikir fahr der lemmensaft hat ungeriede zikir ist es schön gewinn an maschke jetzt ist es schön genug so ist es schön gewinn an maschke weil die plantst du sein anzulegen in der maschke wenn ich sage aber wenn man leidt an oichel ist an oichel wenn die plantst du bleiben bei den oichel als die plantst du sein oichel aber du wenn die plantst du liegen in der thai auf dem weg ist es schön an maschke jetzt wird es schon genug schon oichel gewinn als die halde chasernisch die ziemlich zedig er sucht ein bisschen mehr als die komplizierte Sache er sucht er sucht die ganze zikir in isch an oichel er sucht als die langweite nach oichel die zikir ist doch er plantst du erst nach lefel zikir er plantst du zu nehmen die zikir nach anlagen in der thai die zikir schon oich an maschke das ist noch ein bisschen tiefer die chasernisch die chasernisch in michel later zu verstehen die chasernisch er sucht er sucht er sucht die ganze quetschen lemmen in gunnishapuishetam als die friege sucht als die meseitigen mit katschashem in der chineverufine in andere du in die vrechunen für die kallische zeruf sucht als ja bei uns quetscht man lemmen also brengt man noch die kallische zeruf dusse de minnig und fertig man mag aber bald meseitige fader man chummet ja gewein plätze man hat geher gequetscht jetzt geniegt das kann man machen aber quetscht nur an an in die zicke und man hat sich verlassen auf dem ischembriege nicht größer man soll sich keine verlassen auf dem und der was quetscht in die zicke hat er wem sich zu verlassen und der was er macht mir die traurige geht normalerweise bei der bettigen geht das ist mit an einen quetschen in die zicke aber ich will noch klug machen also wenn man redt wenn quetschen amach amaschke in ein euchel wir sind zu mir früher gesucht als er der mein chananel er macht mir er kaputt er hat sich nachher aber ich habe vergessen auszureden als er wichtige Sache versteht in der in in kreuz der fisch geht auf der fisch der ist angesagt aber angesagt die internet Das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist, es ist angesagt. Für das macht es nicht besser, es ist aber angesagt. Dort ist Jontef Rettmann, wenn einer will melken in Jontef. Er will ausmelken, hier. Jontef will auch das Problem finden, schieten. Leicht er dann an Challe in der Teller und er melkt dann auf die Milch, auf die Challe. Er macht nicht besser, die Challe. Das ist nicht eine Challe-Milch. Es liegt da weg, sie können melken. Die Beheime ist bezahlt, sie wollen ausgewertschen in Jontef, die Challe, ich weiß nicht. Das ist ein Geheimnis, weil sie wird angesagt. Zuigte, da ist nicht genug herauf. Das ist nicht lange, ein bisschen Challe mit der ganzen Ton mit Milch, als er gemacht hat. Das war dann die ganze Sache, die ganze Zeit auf, die werden angesagt in der Machel. Aber das darf man denken, die zwei Wegen. Oder sie wird nicht angesagt, aber sie macht besser den Euchel. Oder sie wird angesagt, das ist die Wege, die wir kennen, herangequetschen in den Euchel. Jetzt haben wir noch eine Kette, wegen, also wenn wir zu einem frühen Gerät, haben wir quetscht, in einen Euchel, ist es mit der Fawus, weil der Maschke ist ein Euchel. Es sollte nicht gar nicht sein Maschke. Dasselbe Sache ist auch, wenn er quetscht, darf er nicht in einen Euchel, aber wenn er über sieben Fawus quetscht, ist, weil er nicht, weil er darf den Maschke. Er quetscht, weil es besser der Frucht ist. Also wenn wir zu einem frühen, ist ein Muschel. Er denkt an, Galle in Wahn, oder in Bronfen, ist es sehr viel. Er weiß, ist es hier ungebrecht, es ist nicht bequem, es ist nicht wie ein bisschen Bronfen jetzt. Es ist ein besser der Galle mit weinigen Bronfen. Er hat mir das wenig schicker. Quetscht er aus ein bisschen Bronfen, nicht weil er darf den Bronfen, noch weil er es besser der Galle. Auf dem steht in Schöchenurig, aber wir machen das nicht. In Schöchenurig steht ein Sieg sein, als ausgewetschen, gewuschen und schluck uns. Das ist ein Pire, das ist ungezappt mit Maschkurs. Im Legifon, heute ist es, weil du willst essen, Pire, der Jerek, du meinst nicht der Saft. ist es mit dir. Wie ihm, Le Mai Mai haben, hat er mir gefragt, er quetscht aus den Wahn von der Galle, weil er will mehr Wahn in der Becher, weil er hat nicht Wahn fahren, fahren Menschen, zu fahren auf Dule. Quetscht er aus, auf Dule weiß ich, wenn ich ungereiten, aber ich bin, fahren Menschen. Er will um den Wahn. Oh, du willst um den Wahn, damit tun wir das gar nicht. Ich habe lau- luche, ihr ist nicht kein Essen der Reise. Ich habe keine Essen der Reise, der Rasch, weil sie gut haben, die die sind nicht gewachsen, sondern angesagt worden, die Rasch ist nur an der Rebunen, aber mit der Rebunen, wenn ich kann, es ist, eine Teure, ist, ich bin, 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 Sie wissen, warum man da nicht ausquetscht hat viele Läge von uns. Ich habe früher gesprochen, wegen der Halle, wo es so war. Aber dasselbe Sache ist mit der Peir auch. Ein Mensch quetscht die Peir, weil er will nicht essen mit so viel Saft. Der Doktor lässt ihn nicht essen mit so viel saftiger Peir. Er kann das auch ausquetschen, weil es viele Läge von uns. Aber wenn man da nicht ausquetscht, dann ist es ein Drabun, warum Menschen quetschen. Das lassen wir machen. Lass uns mit Sachen reden, die sind eine Geier. Jetzt haben wir umgegeben, unabschied. Ein Mensch hat eine eulige Kegel. Sie hat Sardines, wie sie zu viel mit Eulen schmalzen. Und er fettet es. Und er will es ausgießen. In der Lüge, als er Meeg nehmen, eine Papertowel, und er inwicken die Kegel in das Haus quetschen. Verwiss? Weil er quetscht das Haus nicht, weil er darf die Maske, sondern er giefern. Er darf auch Dinge geben. Er nimmt deine Näppchen, deine Tissue, ist schon ein Problem, weil er bald hat er ausquetschende Tissue auch. Er tut nicht ausquetschen von dem Tissue. Das ist dann beim Quetschen. Aber er redet, wenn er quetscht, er hat einen dicken Papertowel, er geht daran in den Papertowel, es wird nicht von dem Tissue quetscht. Mögen wir, was sie legieren. Was heißt, wenn er kein Beurier? Es ist kein Beurier. Es ist kein Beurier. Also, wir haben uns eine Frage gesucht, weil es ein Min nicht hat. Weil wenn es ein Gelegen in der Wendung ist, es ist wie ein Min, es heißt es nicht kein Beurier. So, ich dachte mir noch, warum. Es ist kein Pseulis mit einem Euchel. Es ist Euchel mit dem Euchel. Es hat als Schem Euchel. Wenn der Eul in der Kegel liegt, ist der Eul ein Euchel. Er ist kein Pseulis. Er ist in der Kegel. Ja? Er ist ein Stück Kegel. Und dasselbe Sache ist die Fettung mit den Sardinen. Das ist ein Stück. Er ist ein Stück ein Problem mit einem Beurier und man merkt die Kegel. Man tut es noch nicht. Wegen Beurier tun wir es nicht mit dem Deckel von den Sardinen. Weil das heißt ein Beurier bei Keilen. Das ist auch ein Problem. Er ist kein Euchel mit meinem Euchel. Nein. Das denke ich schon nicht. Was fragt ihr? wird ja 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 ich konnte die 20-jährigen push time it time it fish and trick your time it ich habe davon davon dass man wahren dann bald jetzt haben wir reden als schalow ist aber dem mann früher wegen es nach greif frucht mit alessal und ablässlich level soll es den stieg was hat sich zu berechnen mit agiten level sie mit der schule 80 und schloss hat er zu schnade greif fruchten 2 in er hat und sie quetschen und sie essen hat den isch also ich krieg mit alles die in am uli gewählen mehr bacheven bruch ist nur das gegeben zuerst die ausschrieg die ausschrieg geht is koidem de erste was hagezine reden wegen dem in de kzassa schilchen lang uren bchaem nu hat er gepusht maturisten stein unkamaises die kretsch die kretsch besäuchert seuchert den schabber zu zu Hause weiter schmieren schabberskirrhusen als aufgekommen mit zwei bombardige hat einem in Und das trug sich alle, die sie retten, von der Geschichte retten, wegen der gewaltigen, scheinen Gedichte, von der Guggenrebschlamm an den Eierbacht, die kann ich nicht verbringen, wie die Sveta in die Rüge bringt. Er sagt so, in zwei Tagen hat er, wo man mehr essen kann, als er eine Gräbfrucht. Oh, eins hat du wahrscheinlich einen geschaffen. Oh, du bist jetzt nicht zu quetschen, er esst jetzt. Wenn er jetzt schon geendigt hat, ist er immer geblieben, ein bisschen zu schlafen, und er kann nicht zu quetschen, sicher nicht zu tun, wenn er nicht zu sprechen will. Ich rede, wenn er esst. Er beschafft das Essen, er quetscht sich. So, er esst es. Aber das alleine noch ist kein Heter. Du wirst schon einmal sagen, wenn er nicht kein Heter, wenn es ein Psych-Reischen, das ist sicher geschehen. Er weiß sicher, Thomas ist sicher, wie wenig ist es ein Psych-Reischen, der ist nicht kein Gitter-Heter. Sucht er Pschlomo Salmen als ein Psych-Reischen mit zwei Drabunens. Welche zwei Drabunens? Ein Drabunen, weil er zum Gesucht unabschieren, Pschlomo Salmen, Halt, als eine Gräbfrucht, das nur ein Essen der Drabunen. Aber vielleicht soll er keinen Buchen. Er geht nicht zu sprechen. Er muss nach Rom, sich nur Graf, Rambam, ich meine, ich gehe jetzt verkehrt. Rambam, ich muss nach Rom, sich nur Graf, alles umtrecken werden. Dwar, Teure, Einer, Ghaib, Elu, Aldriches, Zaysem, Wann, 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 Sie hat? Ich habe den Kopf, wo der Tamm ist, aber man geht gut, ist nur ein Essen, wann auf ihm, noch ist halt eine Maske, und fertig. Also ist er, also halt er. Weil ich es nur Drabunen, die Gräbfrucht. Zweitens, Sashini, habe ich zwei Psykereiche mit zwei Drabunen, in der Mitte. Ich komme zu Beginn, der Ball aus dem Niedbrief, in meinem Eibraker auf Silber, und er sucht, der Stein ist der Herter für ein Kobusfies. Der ganze Herter fragt er, ob er Stickel bei Stickel. Er sagt so, Koninkol, wo suchst du? Was hat Drabunen? Quatschen, Gräbfrucht oder Drabunen? Sie sind nicht so der Pusche, zum Gehleit unabschied, zur ganzen Schale. Pascht es, lot rasch, es hat er Reise, was hat er Khaibuche. Sie sind nicht so der Dedeh, also lot agretale, sicher an der Reise. Was gibt es also die Glattzüge, als er Gräbfrucht oder Drabunen? Zweitens, Sashini, Zweitens, Sashini, Sie nicht Gashini, er esst wie ein normaler Mensch, Menschen essen also. Und wenn man esst also, heißt es nicht Gashini. Dem können wir sagen, also man kann Gitzversteine, in schlimmen Salmen, weil einige Namen sind normalerweise, es nachsoy, aber es ist nicht normalerweise, Khaibuche, nachsoy. Weil die Klappe de Meluche, ist es Sashini. Schauen, auf dem, sie kriegen sich gar nicht in den Kida allein, gegräten, in den Schweren Dain, und er versteht besser, in Schleimann Salmen's Kille, wie du als nicht, will es schimmer, aber eher altan ein. Das ist eine Säuris, die Gashale, in Heile Gashini, sie me kiekt auf die echte Meluche, sie me kiekt, bis jetzt. Das ist eine Säuris, wenn sie sich gar nicht in den Schweren mit zwei Dere Bohnen sind mit ihr. Die Säuris hat die Leute nicht geladen, auf dem, kennen wir Michael zusammen mit drei Dere Bohnen. Das ist eine Säuris nicht geladen, er sagt, wir gehen mit das ab, das ist ein paar Geschmackheit, verkehrt, das ist eine Dere Bohnen. Das ist eine Säuris nicht geladen, ich kann mich nicht geladen, ich lasse Michael zusammen mit zwei Dere Bohnen, aber meine, ich zieh dir, wir kennen Michael zusammen auf dem. Das ist eine Säuris, das ist eine Säuris, eine gewaltige Säuris, das ist eine Säuris nicht geladen, man isst nicht den Saft allein, ich habe es klug, also wenn man den Saft allein isst, dann ist es sicher aus, die Leute quetschen, aber der Saft ist in einem Euchel. Ich denke, es ist nicht weiniger, als wenn ein Mensch seugt an Peir in einem Euchel. Was man macht, von uns macht man einen Anquetschen an Peir in einem Euchel, weil der Maschke ist ein Euchel, es hat ein Schem Euchel. Nur wenn du, also nicht nur ich quetschen, sondern einen Euchel, es ist kein Mensch heraus von dem Euchel, es ist alle mit dem Euchel, es ist kein Mensch geworden, kein Schem Maschke, das ist ein Euchel. Und nachdem, ich du, wir sagen, in Seifer, Megillah Seifer, ein gewaltige Gune, bei Neuberecker, bei Siriel, Eurental heißt er, er sich nachher hat er, das heißt, also wie, so ich hätte Legi von, weil alle meine Machen, andere sagen, an Luschen, Derech Achille bekach, er ist so Derech Achille, gibt es verschiedene Kieles, wo es man dann meegen, soviel Pusik ist, ich will noch sagen, wie Kieze, die Kzassachilchen, so kann man tun, das nicht stehen, Herr Gunger, im Nissen Kerell, jetzt in Chitschuni, so kann man tun, das nicht stehen, und der As nicht, wo er so kann man tun ist. Und der Schmierer, Schabes, so kann er so tun, so kann man meegen, und Megillah Seifer, so ein bisschen neuer, in der Hügel auch, und man redet von Schabes, in seiner größten Nachläufe, in der Knie, so ein Mut, am Salastina, viele in der Wochen, und dann warte, ich will noch mal sehen, schäumen nach, ich muss noch nicht essen, keine Kreiffrucht. Nur wenn wir reden, wegen Metzizes Peiris, Ausnuckena Peire, steht in sich nur in der Müh, in sie für alle, jesche Omerim, so duwe suchen, aber die Schabes, leckert, also Menschen, megen immer nach Traub, in halten bei dem Maul, in Ausnuckende Maske, für wuss megen wir das stehen, oder weil ein Derech schieten, bekeh, so wie auch Schini, ich hatte sich Schini, nicht gehähter, aber es ist ein starker Schini, oder weil, zahehtisch Kasem Maske, zeliktisch in Kanteles, geit drudula in der Maul, bekeh, nicht Kasach Kasem Maske, oder weil, der Terezov, zu derich, beschaß essen, in die Schuhe kann schieten, also wie beschaß, bebeurier, du aheter, finn beschaß, achille, mamisch, akkur, du unashir Sibis, oder weil schiete, bepeh, heissisch kann schiete, schaasach Sibis, favus, se du matieren, wie jäsch alserin, die eraheim halt, amatouris nicht stehen, se takaschini, es ist, aschini, so khus, mit der Rabunen, es ist nischi, kerasa, gitteschini, weil, pinkt, wie jäniike, ist der Derech, mit Sitsa, auch der Derech, man kennt sie, erhält amatouris nicht stehen, er machte 2.000, der Rabunen, und auf dem, er machte, vier tos, der, schichennugraaf, die Mishnumbrida, alle vier tos, an der Iker, aluh, ist das Semeter, er machte mir, bezeißen, wann, wenn du, woher aufbrüchen, aber alle schale, die orange ist, das ist nisch, kann auch, an der Gade des Schale, die schichennugraaf, leikt sie noch, ein Stückchen, gimme, wo die Mishnumbrida, brengt, begeladen ist, an der Marschale halt, als nicht nur, bei seissen, Marschale halt ist, wenn die gimme, von seissen, Marschale, leikt sie, a gimme, als wenn ein Mensch, tinkt an, breit, in Wahn, soll man auch, ist auch, doa in ein Machmerzahn, nicht ausknucken, weil die Wahn, was er tinkt an, der Galle in dem, hat gehad, asem Maske, von früher, hat ist gut, an Schiffe ist von Maske, aber dort ist auch, an Machmerzahn, wohle Brücke, lull die sich genut, grafen, müssen wir die Halt nicht von dem. müssen wir die Mäichle, mit das 4. als die Gimmerer, Al Capunen, wenn ein Mensch nennt, der Kotske ziekir, in ein Tinkt an, ist das auch. Einmal, leikt es an, in dem Mäu, soeckte, müssen wir die, dass man gut ist, machen wir da. In dem Mäu, redt man nicht. In dem Mäu, make man gut zusammen, ich alles tun, das ist der Galle. Und alle Sachen, die wir zu reden haben, sind die Rosen in der Maul. Und der Mensch hat einen Kotz gezogen, er legt ihn an in der Maul, du kennst dich nicht, wie du willst. Aber das ist in der Maul. Und als du bist in der Maul sitzt, er lässt ihn nicht berühren, in einem Stück an Muka, mit dem Achmir. Er lässt sich in der Maul an, beschämt den Marschall, es hat Mahmoud zuvor in den Urlaub gebraucht. Mein Mann ist da, in hier, in der Maul, darf es gehen, um den Bruch für sich in der Maul an. Er ist da, in der Maul zuvor, als der Maul zuvor, er hat seine Schale, um mich anzudenken, er schäuert, zu sagen, Gospett, bei Briss, in Wahn, in Geben für ein Kind. Weil er hat so viel Leben gehalten, er geht daran, in einem Kind, er macht die Kind, er ist da, er ist da. Er ist da, weil, die ganze Sache passt, er ist da, wenn das Kind ist, er solltet, er ist da, in dem Barbara, er ist ein Kind. Ich will noch mal sagen, mit noch einer Sache, wegen der Isser für Maschken Shesuvi. Aber der Isser für Maschken Shesuvi ist ein größer Chilik zwischen Seisem und Wannowem und anderen Peiris. Seisem Wannowem, wo das ist Harbeer, wo sie mehr die Derech zu quetschen, ist allemal ausser der Maschke, was kommt da raus von dem. Andere Peiris, wo sie nicht alle die Derech zu quetschen, ist nur ausser über das genimmene Maschke, über das gekäuftliche Maschke. Weil damit hat er auch nur von der Maschke, damit sie durch die Gäsehre Shemies geht. Aber wenn ein Mensch ein Fruchtsalat in Schawes macht, ist, die Peiris sind natürlich auch mit der Derech zu quetschen. Aber der Isser für Orangjuice und Gräbfruchtjuice hat das selbe Ding wie Seisem Wannowem, weil sie auch die Derech zu quetschen. Und er lehrt es an, ausser er vieles auch mit der Gäsehre. Ich sage euch, beschasse er, esst, auch vieles liegt in der Löffel ein bisschen Maschke mehr, weil es ist auch zu viel zu essen. Aber wenn er schon geendet, alles nehmen. Jetzt nehmen die übrigen, auch über die Orangjuice und Gräbfruchtjuice, heranlegen in einen Kopf, ausdrinken, Echse, in Thule, in dem ich leuche, was zu mir gerade die ganze Zeit, sie Orangjuice und Gräbfrucht hat, wenn er das selbe Ding, sage ich, warum es nicht ist. Er meinte, ich kann da ein Machmer-Sahnen am Eichel Jeschle am Mahlis mich. Einer geht in ein Hotel, in der Gäsehre bringt er einen Kopf, Orangjuice, jetzt frisch ausgequetscht. Du darfst es nicht trinken, es ist nicht besser als Maschkische Suvi, aber du darfst es nicht trinken, in dem man die Gäsehre, in der Gäsehre, in der Gäsehre, wenn man nicht trinkt, Maschkische Suvi, trinkt man nicht. Er fragt, ich war eigentlich, er fragt an Mordige Kasche, und so kann man mit dem Maul sein, ein Machl mit dem Maul, Einer kann aber auch aus der Hater auf Schiette, aber ich aus der Hater auf Maschkische Suvi. Wo steht sich mit dem Problem von Maschkische Suvi? Es ist nicht besser als Maschkische, wenn es alleine rausgerinnen. Das ist aber wie wir eigentlich, wenn du siehst, dass Maschkische Suvi ist nur, wenn sie allein geschehen. Also der Mensch steht jetzt mit der Schiene, ist noch besser als Maschkische Suvi. Weil jetzt geht ihn, nicht auf den Weg zu quetschen. Sie sagt auf dem, in der Binnenschule, wenn ein Mensch hat eine Gräbfrucht mit einem Messer, oder einer Orange, und so hat er in der Maschke, hätte man das auch mehr genommen, weil das ist nicht geschehen für sich allein. So der Mensch hat es getan mit Taschini. Okay, das heißt Kaschini, weil früher haben wir die ganze Schale, von dem, äh, aus Nidberi, aber passt, das heißt Taschini, wenn man das oft trinkt mit Zirif, mit dem, was wir früher gesagt haben, dass Orange ist, kann man sagen, ist damals nicht da, wenn man auf dem, wenn man auf dieser Fall, ist ein Michael, ja schon mal lief mich aufzutrinken, in der Maschke, weil sie rinnt da raus, von der Orange ist eine Gräbfrucht, weil sie geschnitten mit einem Messer, weil der Reib ist, der Helfen, der Schiss, der Limit, der Schabes, und was euch dann, die Kalmini ist hier, dass man die Gille schleimen, beim Herr wie um einen um einen. Chega, ein gute der Schapas, von der Schabes, und ich, die Schabes zu machen, von dem, was in einem Schabes. Und dann wird ein Schabes. Und dann ist das J marriage, von demーチ evolut acho. Ich sage, dass wir den Schabes. und dann treffen die Schabes. Untertitelung. BR 2018